Servus Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, zum Spiel Raid Shadow Legends. Diesmal gibt es wieder ein neues Splitter-Video von mir, ihr seht es, und zwar ein antiker Splitter. Es findet wieder zwei Ereignisse statt, einmal wieder zweifach Champions auf Epic Leggies und dann auch wieder so eine Progressive Chance. Sehr gut, die bei ihr Progressive Chance habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Champions auszuwählen. Und natürlich steigert sich die Chance nach 15, 20 oder 25-Fache. Ich habe jetzt mal Kyoko genommen, weil Kyoko habe ich schon und ich würde sie gerne aufleveln. Und von Epic, ja keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Naja Leute, auf jeden Fall, wir machen wieder Splitter auf. Hoffen wir mal, dass wir was Gescheites wieder kriegen oder auch, dass wir Kyoko kriegen, weil die kann ich bestimmt wieder gut gebrauchen. Setze ich auch sehr oft ein. Und ja, 74 Stück haben wir. Platz haben wir auch, wie ich sehe. Dann würde ich sagen, let's go. Boom. Oh, und gleich haben wir sie den epischen Champion gekriegt, sehr gut. Und schon haben wir sie gekriegt, Alter, geil. Supi. Gut, dann hau ich dich mal raus. Ich brauche dich nicht mehr. Dann nehmen wir dich mal, weil dich haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? So, und weiter geht's. Kriegen wir ein Leggy? Ist das doch noch eine Nullrunde, wie ich sehe. Ah, scheiße, schade war es, schade Marmelade. So, weiter geht's. Noch mal 10. Epic. Oh, Ruella. Ach, Gott, die Epics kriegen wir sofort, ne? Brauche ich aber nicht. Sehr gut. So, Leute. Alter, kein Leggy. Adriel, brauche ich nicht, habe ich schon. Alter, kein Leggy. Leute, schon 30 Spiele geöffnet, kein Leggy. 74 hatte ich, das heißt, wir sind jetzt unklar bei der Hälfte. Alter, Ray, zweifache Chance, was ist denn los mit euch? Echt jetzt? Alter, sag mal. Das gibt's doch nicht. Alter, die Frage ist, wo steht mein Mercy-Accounter? Aschma habe ich noch nicht, okay. Interessant, Weg seiner. Alter, Leute. Ey, Ray, ganz ehrlich, das gibt's doch nicht. Kein Leggy. Skaribus. Pilzweiß habe ich schon. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Alter, das war eine komplette Nullrunde. Alter, kein einziger Leggy. 74 Stück. Das gibt's doch nicht. Das war auch nichts. Oh, nee, das gibt's doch echt nicht. Oh, nee, diesen komischen Zirkusel baue ich auch nicht. Alter, eine komplette Nullrunde. Also, Leute. Na ja, Leute, das war wirklich eine Katastrophe. Ja, Ray, ihr sollt euch wirklich schämen. Na ja, aber wie gesagt, danke fürs Zuschauen noch mal. Und bis zum nächsten Video. Bis dann. Bis dann.